Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton. Luke und der Professor sind gerade mal mit Glück dem Tode entkommen. Und genau nach dieser fulminanten Zwischensequenz geht's hier weiter. Keuch, echt. Wieso konnte das Riesenrad so einfach... Professor, da, sehen Sie doch, was mit der Hütte passiert ist. Das Riesenrad muss Sie einfach fortgerissen haben. Wenn wir eben etwas langsamer gewesen wären, wäre es uns ebenso ergangen wie diese Hütte. Oh je. Hm. Ich glaube, ich habe hier etwas gefunden, Professor. Was könnte das wohl sein? Wieso gibt es hier eigentlich einen Zugang zur Kanalisation? Dies könnte auch ein unterirdischer Gang zum Turm sein. Wir müssen einfach nachsehen. Komm, Luke. Ja, Professor. Ich bin direkt hinter Ihnen. Joa, gehen wir einfach mal runter. Hoffentlich falle ich nicht hin. Es ist stockdunkel. Brrrr. Und kalt ist es auch. Stolpere nicht, Luke. Halte die Augen offen und sag Bescheid, wenn du etwas Ungewöhnliches siehst. Da hinten ist doch was. Bevor wir wieder rausgehen. Ich möchte hier noch nicht rausgehen. Sehen Sie mal, hier ist eine Art Steintafel in die Wand eingelassen. Es ist ganz offensichtlich ein Rätsel. Vermutlich weist uns die Lösung in die richtige Richtung. Rätsel 89. Wo geht's lang? 30 Pikarat wert. Hm, ja. Du gehst einen Weg entlang, der sich vor dem Schild gabelt. Was unten dargestellt ist. Dein Gefühl sagt dir, dass das Schild dir die Richtung anzeigt, die du einschlagen sollst. Suche auf dem Schild einen Pfeil, wie den, der rechts unten neben dem Bild in gelb dargestellt wird. Hast du ihn gefunden? Zeichne seine Umrisse mit dem Touchpen nach. So genau du kannst, behalte im Hinterkopf, dass der Pfeil, den du suchst, nicht unbedingt dieselbe Größe haben muss. Ein Pfeil wie dieser. Ein Pfeil wie dieser. Hm. Ein Pfeil wie dieser. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich nehme mal den da. Falsch. Schau dir das Schild noch einmal gründlich an. Denk daran, den Pfeil genau nachzuzeichnen. Rätsel 89. Aber es ist doch der Pfeil, oder? Täusche ich mich jetzt? Hm. Äh, halt. Leute. Wenn es jetzt der hier ist... Könnte es auch sein. Versuchen wir mal den. Ja, doch der nach links zeigende. Yay! 2022 Pikarat. Nun weißt du, wo du langen musst. Da haben wir die Antwort. Wir müssen den linken Gang nehmen. Verstanden, Professor. Filigrane Teekanne. In welches Zimmer? Tee. Äh, gehört zum Teetrinker. Late, natürlich. Wo geht's lang? Steht nun im Rätselindex. Ab nach links. Da ist eine Tür. Sehen Sie mal, Professor. Da ist eine selbstsame Vorrichtung an der Tür. Hm, das scheint eine Art Rätsel zu sein. Sicher öffnet sich die Tür erst, wenn wir das geknackt haben. Es ist fast so, als würde man uns auf die Probe stellen. Rätsel 90, raus mit der Kugel 2. Ein Schieberätsel. Na, klasse. Das kann ja nur lange dauern. Uff. Ja, klar. Ja, klar. Genau. Oh mein Gott. Leute, Leute, Leute. Das wird ein schweres Stück Arbeit. Glaubt mir das. Bis ich dieses Rätsel geknackt habe. Ich lasse einfach mal drin. Vielleicht hört ihr mich ja dann verzweifeln. Oder auch nicht. Na, komm her, du. Das ist Teil. So. Du hier runter. Die Pupen hier rüber. Du hier hoch. Das hier hin. Das hier hin. Äh, ja. Okay. Das hier hoch. Das hier hoch. So, dann können wir die Kugel nach hier schieben. Das können wir nach hier schieben. Yay. Ähm. Ja. Hier runter. Hoch. Äh, ja. Oder auch nicht. Bezweifelt, dass das richtig war? Nochmal. Zurück. So. Unter Umständen. Wie müssen wir dieses Rätsel lösen? Wird's gar nicht lösen. Das war falsch. Das war falsch. Hier runter. Das hier hin. Das hier hin. So. Komm erst mal raus. Nein. Wie lösen wir das? Ich will das lösen. Ich will die Kugel hier unten haben. Wir müssen die hier nach hier drüben kriegen. Aber wie schaffen wir das? Das ist ein bisschen komplizierter, als ich mir das denke, nehme ich mal an. Das hier runter. Das hier drüben. Das hier drüben. Wo ist mit dir? Ja. Das hier drüben. Kugeln muss drüben. Hm. Das hier hoch. Hier drüben. Vielleicht. Mit Umständen. Oh, doch nicht. Hier runter. Hier drüben. Hier drüben. So. So. Hey, wir haben es noch innerhalb der Zeit geschafft. Leute. Verrückt. Hier drüben. Kritische Denkungen sind die Schlage zum Erfolg. Oh mein Gott. So sollte es klappen. Gemäldestücke halten. Rätsel raus mit der Kugel 90 ist im Rätselindex. Und hier wird es das nächste Mal weitergehen. See you later, Leute. Forst's. Toh, der ist nicht ja. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020